Während eine zentrale Rolle rund um den Flüchtlingsstrom nach Deutschland spielt die Schweiz. Die Eidgenossen, die winken offenbar die Migranten lediglich durch, um selbst keine Probleme zu bekommen. So soll das Land berichtend zufolge Zugtickets nach Deutschland ausstellen, damit Flüchtlinge direkt weiterreisen können. Und die Polizeigewerkschaft steht deshalb Alarm und fordert mehr Kontrollen im Nachbarland. Ja, schon ein starker Fall. Durch fehlende Zurückweisung an der Grenze und zahlreicher unkontrollierter Übergängen ist die illegale Einwanderung deutlich angestiegen. Die registrierten Fälle sind fast um das Achtfache angestiegen. Jens Reupert hat sich an der deutsch-schweizerischen Grenze umgeschaut. Über den genauen Weg und das Ziel sind sie sich noch nicht ganz einig. Am Bahnhof von Basel überlegen diese Afghanen, in einen Zug nach Paris zu steigen. Von Frankreich aus soll es weitergehen, vielleicht nach Großbritannien, wahrscheinlich nach Deutschland. Drei Tage und drei Nächte kein Essen und kaum was zu trinken. Wir wollen weiter, irgendwie. Hier in der Schweiz gibt es überhaupt keine Kontrollen. Wir wurden einfach durchgewunken bis nach Basel. Der Umweg über Paris wird es nicht. Der direkte ICE nach Deutschland ist die beste und bequemste Option. Doch die afghanischen Flüchtlinge wollen erst einmal Geld für ihre Tickets sammeln. Wenn auch nur vereinzelt fahren hier vom Bahnhof in Basel deutsche Bundespolizisten in den Zügen Richtung Deutschland mit. Gemeinsam mit den schweizerischen Kollegen kontrollieren sie Flüchtlinge. Doch im Grunde ist das nicht mehr als Symbolpolitik. Wer als Flüchtling illegal unterwegs ist, lässt sich nur schwer ermitteln. Die Dunkelziffer ist zudem hoch. Von der Schiene schauen wir auf die Straße. Während an einem Grenzübergang in Lörrach nichts und niemand kontrolliert wird, schaut man im Grenzort Weil am Rhein etwas genauer hin. Doch den deutschen Grenzschützern der Bundespolizei fehlen Mittel und Rechte. Eine Zurückweisung oder eine Zurückschiebung dürfen wir, solange die Grenze keinen Status einer Ausgrenze hat, nicht vollziehen. Und das geht nur, indem Frau Ministerin bei der Europäischen Union Grenzkontrollen anmeldet. Genau das ist bislang wenig bis gar nicht geschehen. In der Bevölkerung eine unterschiedliche Wahrnehmung der Flüchtlingszahlenentwicklungen. Eine explizite Strömung nach Deutschland ist, das stelle ich nicht fest. Also in den letzten Wochen hat das zugenommen, das habe ich gesehen, ja. Seit dem Jahr, wo ich hier bin, eigentlich identisch. Egal wer und was kommt, die Last liegt beim Land Baden-Württemberg und insbesondere bei den Gemeinden und Kreisen im Südwesten. Mit schwindenden Kapazitäten und wachsenden Herausforderungen. Das Stadtzentrum von Basel ist nur wenige Kilometer von Deutschland entfernt. Je besser das Wetter wird, desto mehr Flüchtlinge werden zu Fuß über die grüne Wiese nach Deutschland gehen. Schleuser und Schlepperbanden könnten schon bald ein großes kriminelles Geschäft wittern, sollte der Grenzverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland für illegale Migration weiterhin ein löchriger Käse bleiben. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.